Heute schauen wir uns mal an, was Ortsvektoren und Richtungsvektoren sind. Also macht es euch bequem und genießt die Show. Als erstes schauen wir uns mal an, was ein Ortsvektor ist. In dem Video Punkte im Raum habt ihr ja schon gelernt, wie man Punkte im Raum einzeichnet. Stellt euch vor, ihr habt den Punkt 1, 2, 3 gegeben. Dieser Punkt befindet sich ungefähr hier. Als Punkt würde man den so aufschreiben. Betrachtet man den Punkt jetzt als Vektor vom Ursprung, also vom Nullpunkt, zum Punkt P, dann sieht das so aus. Dieser Vektor wird dann als Ortsvektor bezeichnet. Aber was ist dann ein Richtungsvektor? Stellt euch vor, ihr habt neben dem Punkt P noch einen Punkt Q gegeben, der ungefähr hier liegt. Der Vektor, der von P nach Q zeigt, ist der Richtungsvektor. Wie berechnet ihr denn jetzt diesen Vektor? Das ist ganz einfach. Der Punkt Q hat die Koordinaten 2, 4, 6. Der Richtungsvektor sieht so aus. Ihr rechnet dann einfach die Koordinaten von Q minus die Koordinaten von P. Als Ergebnis erhaltet ihr dann euren Richtungsvektor. Und was ist, wenn ihr den umgedrehten Vektor von Q nach P bestimmen wollt? Genau, dann dreht ihr die Vektoren in der Rechnung einfach um. Zusammengefasst müsst ihr euch folgendes merken. Wollt ihr einen Richtungsvektor zwischen zwei Punkten berechnen, dann müsst ihr immer den hinteren minus den vorderen Punkt rechnen. Und ihr erhaltet den gewünschten Richtungsvektor. In dem Sinne, macht es gut und lasst gerne ein Abo da. Haut rein!